ARSCHLOCH! In der ersten Runde gibt es weder ARSCH noch PRÄSI und K.O. 7 fängt an. Nicht mal die habe ich. Deckt man die nicht auf? Eigentlich nicht. 1, 2, 3. Cool, kann ich. Nope. Cool. Dann machen wir weiter mit 1 und 3. Ja, da kann ich. Guck mal, das ist meine höchste. 10. Ich sag mal, ne. Ich sag mal, ja. Ich bin zu hoch. Nope. Wie habe ich es geschafft, die Dame da drunter zu legen? Weiß ich auch nicht. Fingerspitzengefühl, mein Freund. Ah, guck mal, macht er doch. Okay, dann mache ich das. Nee. Dann mache ich die 8. Oh, nee. 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 Ass. Und fertig. Oh, oh, oh. Prezi Peter ist am Start. Kann ich mal sehen. Nicht schlecht. Christian? Kann ich nicht. Wie soll ich? Kann auch nicht. Ich geh mal mit zwei Buben. Ups. Oh. Zwei Könige. Könige. Christian nicht, Sepp nicht. Zehn. Ja, sicher, Junge. Zweiter. Da ist mein Vieze. Ich schüttel dir die Hand, mein Freund. Ich komm nicht. König. Nee. Auf'n König. Ja, auf'n König. Ja, auf'n König lege ich mal einen Ast, wa? Ja, logisch. Dann fang ich nochmal mit einer 8 an. Kann ich nicht? Ähm. Boah. Komm, lege eine 9. Nimm die 9. Bacch. 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 Ja, aber bringt mir nix. Du bist auch wieder dran? Ja, du bist dran. Okay, cool. Leg ich mal eine 9. Naja. Naja, kann ich nicht. Wir fangen mal an, Jay. Eine 8. In der ersten Runde fängt dann der nächste natürlich wieder an. Was ist das? Fängt bei euch dann einen Arsch an? Kannst du denn nicht über eine Acht kommen? Oder der Nächste. Aber normalerweise ist es dann der Arsch. Letztes habe ich das mit Leuten gespielt, die diese Regel nicht spielen wollten. Das ist doch der Vorteil. Damit du nicht immer unten hängen bleibst, musst du auch wieder anfangen. Es kann ja passieren, dass du die Siebener kriegst von dem Präsi und dann hast du plötzlich mit ein bisschen Glück mal viel Geld. Ich hatte sieben, acht, neun und ein Ass. Das war schon stark. Weißt du, wie jemand die Karten unten am Rand ausblendet? Das können wir gerne in die Kommentare schreiben. Ach ja, stimmt. Sorry. Ich bin auch so frustriert über meine Karten. Mein Leben ist einfach zu Ende. Dio. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wer ist Arsch? Selb ist Arsch. Oh, Peter. Ich bin Mittelshit. Genau, wird das Mittelshit. Darf ich beide wählen? Eine nur? Zwei? Ich kenne viele Regeln dazu. Eine oder zwei? Ich kenne dazu, du darfst so viel aussuchen, wie du willst. Du musst aber vorher festlegen, welche Karte du austauschen willst. Ja, also ich schmeiß erst weg. Genau, ich schmeiß erst weg und dann... Dann nehme ich. Okay. Jonathan. Ich habe ein Ass. Ja, kann ich nicht. Hast du zwei Asser? Nee. Hast du noch eine Zehn? Jo. Nee. Hast du einen König? Nee. Also eine Neun? Nee. Oh, danke. Hast du eine Dame? Ja. Will ich nicht haben. Okay. Sorry, man hat mich kurzfristig umentschieden. Oh, nur eine Karte will er von mir haben. Das ist aber lieb, Peter. Muss man nicht zwei nehmen? Nee. Du kannst halt die gleiche Karte hin- und herschieben. Ja. Theoretisch, ja. Macht ja keinen Sinn. Nee, eben nicht. Er muss dir eine geben und du musst ihm eine geben. Aber... Nee, er verlangt eine von mir und gibt mir eine. Ist doch jemand außer Bram, dass man zwei tauschen muss? Weil ich kenne es auch nicht so. Nee, er muss nicht. Er muss nicht zwei tauschen. Also wir haben dann auch irgendwann so gemacht, so, ja komm, behalten. Aber da ist Trybram. Also bei ihm war er glücklich. Ich kenne jetzt aber auch die Regeln, dass die beiden aufgedeckt werden. Damit der Neutrale noch einen Nachteil hat. Aber jeder hat seine eigenen Regeln wahrscheinlich. Wir haben die zu fünft gespielt. Wir haben ja dann immer gesagt, du darfst nicht mitspielen. Ich bin zehn. Immer ein Ass. Aber jeder muss übertreiben. Neun. Das ist doch krass übertreiben in einer Neun. Ja, so krass bin ich drauf. Boah, ich bin mit dem Ass hier einfach mit einer Dame krassig drauf. Mit einer Dame. Guck mal, wir kommen ja auch mal durch. Jay. Jeder. Ja. Natürlich. Das ist Ass. Boah, Peter. Du krasser Typ, ey. Christian. Peter ist zackt. Kann auch nicht. Bram. Ja. Jay. Sepp, mach. Ich darf nicht anfangen. Das ist voll neu. Dankeschön, Peter. Du bist ein großzügiger Herrscher. Kann ich nicht. Ein sehr großzügiger Herrscher. Boah, dann sind wir das hier. Nee, nee. Komm. Oh, zwei Könige. Na, hat drei Könige gehabt. Null. Musste auftrennen. Ja, wenn sie noch ein Herrchen hat, würde ich jetzt weiter. Nee, neun kann ich nicht. Ja, das stimmt. Oh, der würde zehn. Ja, kann ich nicht, ne? Nee. Du hast noch den König auf der Hand, ne? Nee, kann ich nicht. Dann hätte er einen König, aber jetzt auch nicht. Ja, ich auch nicht. Cool. Cool, darf ich wieder anfangen, oder? Könnt ihr drüber. Nee. Ich könnte drüber. Jetzt geht er. Ja, macht halt keinen Unterschied. Aber den König gelegt jetzt. Okay, Bram, jetzt bist du dran. Ja, und dann, ich glaube, alle Könige sind raus, oder? Ja. Ich kann nicht, ja. Ja. Kann immer noch nicht, Jay. Uwe. Du so? Wenn du jetzt nicht gehst, Jay, dann kann Bram, Sepp wieder anfangen. Ja, das Risiko muss ich gehen. Ich kann nicht. Er hat verloren. Ja, das soll ich halt machen, ne? Deswegen hab ich die drei Könige auf. Ja, und dann? Quatsch, ja. Weil ich dann machen soll. Er hat sich verhaftet gelegt. Er hat sich verloren. Er hat sich verloren. Arsch, bitte kümmern Sie sich. Tu doch mal was für deinen Tribut. Ja, Kacke. Das sah so gut aus. Das sah so gut aus. Feini, Feini. Schön ist es noch geschminkt. Jetzt sind es ansonsten alles gleich geblieben. Nee, Moment. Jay und Jay haben getauscht. Ich und Jay haben getauscht. Okay. Das heißt, du bist jetzt viel zu Arsch und Jay gibt mir meine Karten. Ja. Der zelebriert gerade den Mischvorgang. Das ist nicht so leicht. Es fing so gut an. Oh, Peter, na? Möchtest du meine beiden Bilder haben, die einzigen, die ich hab? Oh, Gottes Willen. Wer ist denn hier, was möchtest du haben? Wir müssen erst mal einen König haben. Ja, den kannst du nicht haben. Da fällt eine Karte runter. Da hast du dir mal eine Karte runtergeschmissen. Allt gut. Dann frage ich dich, ob du noch einen König hast. Die hat... Gesagt. Oh, wir haben eine Straße. Wie geil ist das denn? Nee, aber ist das Bild König? Nein. Du bist ein Bild König. Dann geb ich dir auch nur eine zurück. Du bist so ein Arsch. Geil. Aua. Ja. Nice. So, Jay. Komm mal raus. Hosenrunde. Zwei Siebenen. Ja, nee. Oh, Peter, zwei Arse. Nee, ich werd neuer Arsch. Kommt kleiner, ne? Okay. Ich glaub nicht, dass du neuer Arsch wärst. Ich hab Glück. Dann hab ich nur einen Anfang, ne? Nee, dann darf ich doch nur einen Anfang, oder? Ja. Okay. Oh, Peter. Peter, wir spielen das anders. Völlig verunsichert. Hm. 3-10. Das sind die anderen 3-10, die ich gebrauchen könnte. Hättest du echt noch ne 10 gehabt? Nein. Aha. Okay, kann offenbar keiner, wo man sagt was. Was? Ja. Ja. Okay, Chris? Christian, kommst du? Nee. Nö. Nicht mal König. Oh, Bram, ey. Er ist da rüber. Nein, natürlich nicht. Kein Arsch. Wie ist der Arsch? Gut. Äh. Ach komm, ey, du kannst doch nicht direkt hier so hoch gehen. Das gibt doch nicht. Nein. Bei Buben? Du nicht? Komm ja auch schon nicht drüber, ey. Oh, Bram will. Bram will zum Vizekönig aufsteigen, glaub ich. Cool wert auf jeden Fall. Aber mit zwei Buben kann ich das mal probieren. Sehr froh, dass du das vorhin nicht gemacht hast. Ja, ich dachte, du hättest zwei Asse, Peter. Ah. Nee. Nö. Nee. Nee. Gab es keinen Asse mehr im Spiel? Nee, ich hatte die letzten beiden gelegt. Christian hat eins gelegt, du hast eins gelegt, ich habe zwei gelegt. Ich habe keins gelegt. So, Jay hat eine Acht. Er ist eins gelegt, ne? Nee, ich komme nicht. Ich habe keinen Asse gelegt, ich hatte keinen Asse. Nee. Ist trotzdem bereit. Ich komme über dir Acht. Das ist doch großartig. Keine Dame. Hat Jay dich beschissen, Peter? Oder ist er einfach noch eins? Wenn Christian jetzt nicht... Oder in dem Zweierstapel so... Also wenn ich nicht kann, fängst du an oder ich an? Ich habe dir keinen Asse reingelegt. Ach, hast du beide getauscht. Ich habe beide getauscht. Ist erst mal schlecht, aber dann muss ich da drüber gehen. Sonst habe ich, glaube ich, gar keine Chance. Ah, da ist es dran. Weil ich habe nämlich noch eine Sieben auch. Die jetzt weg ist. Nee. Ich habe auch noch eine Acht. Wenn er darüber gerade gegangen wäre, hätte ich den Acht gehabt. Nee, ich glaube, dann hätte ich den Acht nicht mehr quitten. Dann hätte er die Acht nicht mehr quitten. Ich habe nur eine Zehn. Ich habe doch nicht nur Einzelkarten. Einzelkarten. Hätte er mich... Ja, hätte er mich... Nee, hätte er mich trotzdem outplayen können. Ja, wenn du bei die Sieben gegangen wärst, dann hättest du die erste weggekriegt und eine Acht hätte ich noch liegen. Nee, die hätte ich bis zum Ende aufbewahren können. Ja, stimmt. Scheiße. Keine Chance. Boah, ey. Dieses Grummel von unten, ey. Oh nein. Diesmal nicht, nee. Also wie war das? Man durfte sich als... Oh, Peter. Jetzt hast du aber eine Ausweisung. Mensch, Mensch, Mensch. Du musst erst mal weglegen. Hab ich nicht. Ein Ass. Das habe ich. Ein König. Das habe ich. Okay. Boah, das zieht ja nicht aus. Da ist. Dankeschön. Holtst du noch einen Ass? Das ist schon awesome gewesen, ey. Ja, ich hau immer mal gern einen raus für mein Volk. Boah, du bist so ein gnädiger Pisser. Hey, hey, hey. Ich köpfe dich gleich. Arschloch. Eine Acht. Da komm ich, da komm ich nicht gehen. Bleibt es bei einer Acht? Nicht gehen. Mehr nicht? Da ist Peter dran. Nee, Peter. Ja, wie mehr nicht? Kann ich dafür, wenn Peter mir so eine Rotze gibt? Nein. Ah, den hat er mir nicht gegeben. Nee, komm ich schon nicht drüber, Peter. Meine Rotze, die ich hatte. Dame. Ja, als ob. Okay. Ass. Ich bin Peter, ich bin so abgehoben. Ich spiel einfach nur dieses Spiel, ja? Ich spiel einfach nur dieses Spiel. Ja, aber wie du mit der Attitüde, wie du die Karten da so hinkommst. Sepp, guck du erst mal, ob du kannst. Ich kann nicht, nee. Okay, Bram. Ich lege schon, wenn ich kann. Oh, oh. Oha. Der Aufstieg des Pöbels. Nö. Ich schon. Zwei Könige. Das hast du echt noch, die zwei Könige auf der Hand lecken. Oh ja, mein Freund. Na, kommt keiner drüber, würde ich sagen. Nee. Oh Mann, zwei Siebnen. Oh, geil. Oh, jetzt müsst ihr einfach nur bei Zweien bleiben. Da guckt der Bram aber blöd. Da guckt der Bram nämlich richtig. Da guckt der Bram blöd. Da guckt der Bram blöd. Zwei Neunen, kommt wer? Hä, 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 Sepp, nee. Nee, war immer zwei Könige. Ah, zwei Könige. Zack, find ich den König. Was für ein Aufstieg, Bram. Oh, dann hört der wieder Neun auf, Alter. Ah, schön. What? Zwei Damen hat er gehabt. Ja, okay. Ja, es gibt keinen König mehr, ne? Dame. Es gibt nur Asse. Ja, es gibt nur Asse. Ja, es gab einen Asse. Dann lege ich erst mal. Oh Gott. Oh, doch. Oh, doch. Oh, doch. Aber, aber, dann hab ich leider noch ne Neun. Warum legst du denn die zu Er... Oh ja, das ist letzter Sepp. Ja, ich hab halt nur ne Sieben. Das ist jetzt auch nicht viel besser. Oh nein, Sepp, was legst du nur die Neue, krass. Gott sei Dank bin ich geblieben. Wieder ein in den Mittelstädten bin ich wieder. Das war gut. Wieder ein Mittelstädten, genau. Das war gut. Ach Mensch, ey. Alter, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Eigentlich müssen alle richtig rum sein. Das funktioniert doch. Sind die jetzt alle... Ja, natürlich funktioniert das, Peter. Das Spiel ist doch intelligent. Nicht so wie du. Ach Gott. Ach Gott. Du, Peter. Ich glaube jetzt erst mal keine Kasse. Du warst das, ne? Ein Ass? Hast du ein Ass? Christian? Was? Ja, ich hab viel zu Arsch. Hast du auch ne Dame? Nope. Äh, König auch. Nope. Pupe? Oh. Ja. Okay. Nice. Das ist natürlich bitter für dich, Sepp. Ja, hoffentlich nicht. Ich glaube jetzt wäre ich Litztum. Schon ein bisschen, Peter. Partit hättest du. So. Für die Scheißrede. Alle sieben. Eine neun. Geil. Das war ein netter Anfang. Nee. Dankeschön, sag ich schon. Bist du nicht. Ich hab gerade bessere Karten gehabt. Kann doch nicht sein. Nein. Nee. Nee. Okay. Meld mich schon, wenn ich kann. Bewahrt ihr euch das auf für einen späteren Kampf, ja? Ich, ja. Was machst du jetzt? 2-2-2 oder was? Oder sag ich doch. Zwei Damen, drei Könige oder so. Scheiß. Nein. Nö. Okay. Na, oder gut. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich meine natürlich zwei Damen und drei Asse. Sorry. So ein scheiß Snob, ey. So, Sepp. Da darfst du mal wieder starten. Ich ende nämlich mit Assen, damit das Arsch rauskommt. Ja, ich kann nicht. Ja, damit das Arsch rauskommt. Ja, damit das Arsch rauskommt. Das Arsch, Sepp. Kann ich nicht. Sepp, nein? Nee. Nee, ich auch nicht. Ekelhaft, was der da liegt. Eine 9. Eine 9. Oh, Jay und seine 9. Aber ist schon hart. Alle 9. So. Nö. Na, ich denke mal am Bauern. Na, ich denke mal an der Dame. Da kommt der nicht. Oh, Snapply-Doodle. Oh. So. Jetzt kommt meine 10. Nee. Oh, Bram hat danach einen Doppelten, glaube ich. Boah, ich leg mal meinen König hier. Okay, damit ist der nächste. Holy shit. Boom. Ich will dann mir den Shit legen. Nice. Peter ist ein richtig guter König. Ich bin dein... Du hast aber gute Karten auch gehabt. Der geht so. Ist da der Vize-Arsch dran oder der nachfolgende? Der nachfolgende, würde ich sagen. Echt? Vize-Arsch. Also, kennst du... Ja, ist auch interessant. Ich kenn halt Vize-Arsch, wäre der nächste dann. Also, von unten nach oben. In der Rangfolge. Wird angefangen. Dann wäre Christian. Können wir auch von mir so spielen. Also, ich kenn halt so, wenn der nächste anfängt. Mach, Chris. Äh... Nee. Der hat zwei Karten. Was soll ich machen? Mein Problem ist, den Trick für auch nix. Also, macht er dich jetzt tot. Das ist für mich 7. Loil. Und die 8. Wat? Loil. Das war 8 auf der Hand. Okay. Ja, Bram hat mich gefickt mit seinem Scheiß-Ass. Sorry. Der blöde Pisser. Ja, Jay, den mach ich gerne. Das ist so ne Fickscheiße, ey. Wir haben vom Vize-Kur... Alter, Mann! Mach du den was! Will er jetzt hier auch machen, so. Aha. Hast du schön gemacht, Jay. Aha. Ich find, das wäre immer so ein schöner Job. So ein Tag, äh... Kopie... Ja, nur die ganze zusammen drücken. Ja, bitte, bitte hier Karten hergeben. Oh. Und dann musst du auch noch die ganze Zeit aufpassen, wer was legt. Okay, Jay, mein Freund. Ja? Wer ist ein Zweiter? Hast du zwei Asse? Ich nehm zwei da. Ich nehm, was du hast. Hast du noch eins? Das höchste. Ja, dann würde ich dir das geben. Hast du einen König noch? Nein. Dann, äh, kriegst du hier das. Hast du einen Buben noch? Nein. Die nehmen wir schon mal auf jeden Fall ab. Hast du eine Dame noch? Ja. Okay, die hat die. Ja, das liebt gerne, Peter. Also, ui, 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 ui. Jeder hat bestimmt drei Asse jetzt. Das sind ja richtig gute Karten wahrscheinlich. Gibst du mir einen Ass, ne? Warum ist das kein Ass, Peter? Was soll der Scheiß? Aber du hast gerade kurz eine gezeigt, ne? No. Hab ich das? Keine Ahnung. Was war das denn? Muss maulatzen. So, hier. Drei neun. Oh, Peter, was machst du denn mit dem? Du fiesest im Vollend. Ja, weiß ich nicht. Aber es liegt einfach drei Asse oder so. Ja, drei neun, drei Asse, fertig. Boah, das ist aber schade. Keiner, keiner, keiner. Willy. Okay. Nur sieben. Was, ähm. Okay, krass. Willy. Das ist krass. Peter, mach aus. König. Kann ich noch? Ja, komm ich natürlich drüber mit meinem versteckten Ass, was ich noch im Ärmel hab. Okay. Und zwei Buben. Ja, bestimmt. Boah, ne. Dann, äh. Ich bin nicht voll Arsch, das ist okay. Ich bin fast Achterwarrer. Jawohl. So, der Snob gestürzt. Oh, so was ich wieder. Aus der Gosse. Also, zwei Asse, zwei Damen, keiner? Ah, lol. Äh, doch, zwei Damen, ne, keiner. Keine Ahnung. Ja, dann ist der Vize-Arsch dran. Äh, juhu. Oh Gott, wie geil ist das denn? Ach so. Ach, verdammt. Da hab ich richtig schon geguckt gerade. Ja, ich hatte drei, ich hatte drei Damen von Anfang an. Da dachte ich mir, oh, das ist aber schön. Nee, das war sieben, meine ich. Äh, ich hab das schon. Ach, zweiter. Geil. Keine Ahnung. Ja. Sepp? Nee. Ja, komm, ich muss es probieren, wa? Ja, komm, Bram. Ah, jetzt haut er die Asse raus. Ah, scheiße. Jetzt haben wir die Doppelten, jetzt kommen die Doppelten. Ja, das Problem ist, die sind nicht mehr drin, die sind nicht mehr drin. Die feier ist was, Peter, hast du auf der Hand. Wir fangen mal damit an. Ja, maß. Oh. Ich wusste diesmal nicht, weil du unter dem Stapel liegt. Ja, dann darf ich das ja anfangen. Dann darf Christian anfangen. Oh, zwei. Oh, zwei. Nee. Also, ich nehme, Sepp, nee. Nee. Mach. Christian macht das nicht. Jawohl. Sepp? Nee. Ist der Neutrale jetzt, ne? Ein Platz nach oben, ja. Also, darf ich jetzt anfangen wieder? Ja, ist das so, oder? Sepp ist ja... Guck, Christian, na acht. Ja, guck mal, das ist ja schon mal ganz gut. Jetzt kommt die Einzelscheiße da. Sack geil, oder? Ja, so, und tschüss. Nee, ich hab mal einen Ass. Leute, du hast echt einen Ass drauf. So, aber das ist der König. Hat der einen Ass aufgemacht? Wie hoch der ist? Und dann fällst du auf die Fresse, ey. Oh, den links hat er ihn. Oh, nice, ey. Oh, du Pögel. Misch für den König. Krasse. Wie setzt sich er sich wahr, ey. Da hab ich falsch gezählt. Ich dachte, die Asse wären draußen. Ich hab die aus meinem Ärmel gerade noch geschüttelt. Das ist aber ärgerlich. Das ist aber ärgerlich. Einmal muss er noch. Noch einer? Oh, das ist aber schön gemacht. So, ja. Brammen, Asse. Ich bin ein Vize-Arsch. Alle Asse, die du hast. Nee. Hast du einen König? Nee. Okay, keine. Okay. Hast du eine Dame? Nee, warte. Ja. Hast du eine Sieben? Zwei Könige? Nee. Nope. Okay, dann die Dame. Nee. König? Eine Zehn? Nope. Och, Peter. Oh, nein. Wie soll ich das denn schaffen? Komm mal auf, der Zug rummelt da unten. Ass nicht, König. Ich tut am Tisch die ganze Zeit. Weil die findet deine Karten nicht so gut. Ja, ich glaub, der rumgeschreie ist jetzt zu laut, ich will schlafen. Bube? Bitte was? Entschuldigung, hab ich die verschoben. Bube? Ja. Ein Jonge? Ein Jonge hab ich auch noch. Das ist ein J, oder? Also, der George steht doch für J, oder nicht? Naja. Weiß ich ja. Ja, ja, jetzt fliegt's wie Haare. Boah. Das Arschloch ist echt ein blöder Pisser. 2,7. Jawohl. Hier ist die. Och, Gott. Nope. Och, das war's schon. Keiner? Nee. Nope. Ist das eine oder zwei? Das ist zehn. Eine. Eine. Juhu. Da kommst du drüber. Hm. Da komm ich nicht drüber. Da komm ich drüber. Christian möchte. Ah, Sepp Ass. Kannst du mir nicht. Ich kam schon nicht über die Dame drüber. Ja gut, aber vielleicht kannst du ja jetzt. Ja, so. Okay, Bram kann ich. Dann bin ich wieder. Und ich mach ein Ass und zwei Könige. Hm. Ein Klöchen. Zwei Könige jemand? Nope. Nö. Komm ich mal geschmeidig mit einem Neuen wieder an. Bram kannst du mal nicht Arschloch sein, dann bin ich der Letzte in der Reihe. Ja, dann mach ich einen König. Das ist eigentlich ganz angenehm. Ach, komm. Oh. Kommt. Was kommt denn jetzt, Christian? Der gute SSV. Komm, eine Sieben. Da komm ich drüber. Jetzt komm eine Zwei. Komm, eine Sieben. Oh, was? Null. Oh, was ist das? Alter, ist mir egal. Die liegen ja oben. Zwei Zehn. Zockt er sich auch noch direkt. Die kriegen wir alle da rein. Ich hab Steuerung gedrückt. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Oh, Peter. Da sind zwei Asse. Oh. Zwei Siebenen. Bis siebenen. Sepp. Auch nicht. Peter möchte auch, dass Bram weiter Arschloch bleibt. Nee. Komm, ich nicht. Glaube nicht, der darf jetzt anfangen. Ich darf jetzt wieder anfangen. Genau, eine Zehn. Das ist krass mit zwei Siebenen, ey. Jetzt seid ihr ja für ein Lutscher. Das ist gut. Hau, ne, da haben wir. Da komm ich nicht. Da hast du ja noch nichts abgelegt, Alter. Was soll ich denn auch machen? Ich bin auch immer der Letzte in der Nahrungskette hier. Liegst du denn nicht? Du bist das Letzte in der Nahrungskette. Komm, immer noch nicht. Du bist selbst aus Kanada gestrichen worden. Das ist ja, ne. Dann darf ich vorbeimachen. Jawohl, mit einer Acht. Jetzt geht ab hier. Glückhaft. Jetzt fange ich an. Ne, ne, ne. Boah. Sepp, jetzt musst du was machen. Aha. Ja, ne Dame. Ist doch schlecht. Ist doch schlecht. Wie der Sey einfach noch drauf reingefallen ist. Ja, ne, ne. Ne. Jetzt darfst du deine Dame legen. Jetzt kann ich meine Dame legen. Oh Mann, ey. Oh. Das war bitter. Das war bitter. Das war der Anfang nur für der Crew gewesen. Ja, irgendwann. Irgendwann, irgendwo, aber ne. So, eine Runde machen wir noch. Letzte Round. Mal wetten, weil ich werde jetzt Arsch. Kann mal einer die Hand da wegnehmen. Dankeschön. Ey, kannst du auch mischen? Hat er. Hat er doch. Hab ich doch. Baby hat er nicht gemischt. Okay. Darf man doch nur eine Karte tauschen? Ich find's cool. Ja, darf man. Hast du die gleichen Karten wie gerade, Jay? Wer ist Vize-Arsch? Äh, Vize-Präsi? Ja, dann ist ja alles gut, Jay. Dann würdest du gerne? Ich hätt gerne eine Ass. Asse. Ja, Ass. Gib mir alle Asse, die du hast. Die so haben. Krieg dir nur eins? Ne. Ne. Äh, ne neun. Ne. Ne, ne, ne König. Sucker, ey. Hoffentlich bleibst du Arschloch. Deshalb mag der Minderheiten zu respektieren. Nein, ich bin der König. Arschlöcher sind aber keine Minderheiten auf dieser Welt. Das stimmt. 2-7. 2-8. Da macht sogar der Prisi mit 2-9. 2-9? Ja, pass auf. Prisi ist ein gütiger Mensch. Ihr solltet gar nicht... Kommt noch wer von euch vorher? Ja, warte. 2-8. Dann bekämpft das mal. Gesundheit. Wer auch immer da noch mit 2-8 rübergehen kann. Wenn du möchtest. 3-2-1. Okay. Eine Dame. Weißt du, beschwert sich hier bei schlechten Karten. Ja, waren auch scheiß Karten. Hättest du lieber 3 Könige gehabt, ne? Wegen Gusto von Christian. Ja, kommen wir nicht. Eine 9. Nein, kommen wir nicht drüber. Keine Chance. Weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Ich hab weder... Hey. Sorry. Sorry. Hast du wieder nicht bei den Assen verzählt? Das passiert dir schon. Ich hab gar nicht mitgezählt. Diesmal, wenn ich echt bin. Nee. Nee. Doch, ich möchte zumindest eine Dame legen. Okay. Nee. Bleib alles gut. Oh, ich klatsch schon mal, Lakitu. Gut. Nee. Das ist schlecht für dich. Oh, dann ist das Schlimmarschloß Arsch geworden. Oh, das ist immer ärgerlich. Oh, machste nix. Oh, du bist so voll ärgerlich. Ja, das ist echt ärgerlich. Aber es ist immer traurig, weil das ist dann halt das Ende. Und dann bleibt man so lange Arsch bis zur nächsten Folge. Weil wir alle noch haben die ganze Zeit Arsch nennen. In dieser Folge wussten, wer noch letztes Mal Arsch war. Genau. Ihr dürft mich jetzt bis zur nächsten Folge König nennen. Und keiner war ein schnittchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschau. 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 Bis zum nächsten Mal.